Ja, hallo, gerade für einen Anfänger ist es manchmal nicht leicht, die Akkorde von D, G, A zu wechseln oder auch C, F, G. Okay, ich habe mir da mal eine Übung einfallen lassen, die speziell für Anfänger ist, ganz ruhig, ganz easy, ganz einfach, Schritt für Schritt gehen wir vor, bis gleich. So, gehen wir mal drei Akkorde durch, den D-Dur, den kennst du ja, so und den spielst du von der D-Seite aus an. Jetzt legst du den kleinen Finger drauf, auf den dritten Bund der E-Seite und hebst die Finger einfach an und spielst wieder von der D-Seite. Jetzt hast du diese drei Finger ja schon frei und greifst zum A-Dur. So, und das gleiche machst du jetzt wieder von vorne, D, G, A, ich spielst mal die A-Seite nur bis zur H-Seite, also bis zu diesem Ton, bis zum Cis. D, G, A, D, G, E. Und nach und nach, wenn du jetzt merkst, dass du ja hier Platz hast, kannst du ja so langsam deine Finger hier nach oben bewegen. Du spielst aber immer noch von der D-Seite. Schritt für Schritt kommst du dann irgendwann zum vollen G-Dur-Akkord. Du legst den kleinen Finger drauf und versuchst jetzt mal die beiden Finger dazu zu kriegen. Ich spiel es aber trotzdem noch von der D-Seite und dann wieder. Und dann laschst du einfach den Klänken. So, und wenn du das jetzt jeden Tag nur 5 Minuten machst, garantiere ich dir, wirst du das bis Ende der Woche mit den vollen Akkorden können. Und dann kannst du so langsam schneller werden. Also, wie gesagt, ich mache es da noch einmal vor. Ganz einfach jede einzelne Saite einspielen. Also, ich habe jetzt die Hand mal bewusst ein bisschen weggenommen, damit du siehst, welche Töne ich greife. Und irgendwann... Stell dir das bitte vor, wie beim 100 Meter Lauf, wenn du... Naja, 1000 Meter Lauf. 100 Meter ist ein bisschen kurz, die Strecke, aber 1000 Meter Lauf. Aber wenn du dir gleich Gas gibst, kommst du hinten nicht mehr an. Lass dir Zeit. Geh Stück für Stück, Schritt für Schritt den Weg vor. Schon alleine aus dieser Kombination dieser drei Harmonien lässt sich schon wieder wunderbar ein Lied machen. Aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Bis dahin, ich hoffe ich konnte dir helfen. Und tschüss. Baba... ...